UNTERTITELUNG Ich sage nicht, ich werde Sex mit ihm haben. Ich sage nur, wenn würde er es mögen. Warte, er ist ein furchtbarer Küsse. Warum reden wir dann über ihn? Hör mir zu. Beendet den Abend. Hey, wollen wir das wirklich? Das ist die schlechteste Entscheidung, die ich jedem Leben getroffen habe. Ich meine, ich hatte einen schönen Abend. Du nicht? Doch. Was ist deine Lieblingsstellung? Etwa das Reverse-Squatting-Cowgirl? Waren wenigstens seine Katzen süß? Die habe ich gar nicht gesehen. Wieso sollte er vorgeben, dass er Katzen hat? Weil ein Typ mit Katzen nicht bedrohlich wirkt, er wirkt. Harmlos. Er versteckt was. Ich will jemanden auf Abstand halten. Sie haben mich erschreckt. Menschen entscheiden sich erschrocken zu sein. Ich bin nicht überrascht, zwei entzückende Ladies wie euch beide hier zu sehen. Calvin, hör sofort auf mit diesem Scheiß. Was ist los mit dir? Du hast mich manipuliert. Er hat sie Hure genannt. Wenn du auskommen willst mit einem Mann und dein Leben lang nicht allein sein willst, mach deinen Frieden mit der einen oder anderen Unannehmlichkeit. Einer von uns muss sterben. Ein Monster. 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 Absolut. quartier.